Jo, hier mal wieder ein kleines Video vom aktuellen Stand meines Hafenprojekts. Links von dem blauen Gebäude kommt noch ein Backsteinhaus. Es geht alles so ein bisschen vorwärts und ich finde das sieht schon echt ziemlich cool aus. Hier unten noch ein bisschen der Airbrush, das Wasser erweitbändiger. Jo, geile Mat!